Hier ist es halt ein bisschen mittiger geworden als hier. Hier ist ja quasi die Abfahrt. Das muss jetzt auch nicht alles hier zukleistern. Also, ich meine hier begehbar machen. Was ist der Flur? Hier kommt halt leider genau anders an. Jetzt mache ich die Mitte dann auch noch mal auf. Hier ist auch noch eine Option. Ein bisschen Abwechslung reinzubringen. In dem Fall nehmen wir das hier. Den können wir vielleicht sogar noch mal lassen. Hier sind nämlich nur drei und hier sind es fünf. Das allein schon der Unterschied ist. Schau, ob ich da nicht was anderes noch in die Mitte klatsche. So. Weg, 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 weg. Jawoll. Schau, weg, 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 weg. Aber noch mal, wo wir es können. Ein bisschen Abwechslung Hier reinbringen So, wir setzen oben drauf Glas Hier gibt es Diamantenglas Teure Tauerei Viel Weiß, viel Holz, viel Diamant Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Das wollen ja auch nicht zu viel ausgeben So Ja, hat doch was Ist dadurch jetzt Echt schön hell hier drin Die blauen Wände Finde ich jetzt auch nicht so schlecht Na, das mag ich immer nicht so Wenn das so rausguckt dann Obwohl es jetzt nicht so schlecht ist Hier habe ich auch schon abweißen So Ja, ne, gefällt mir nicht Ist mir noch ein bisschen zu dunkel Lassen wir es erst mal offen Ja, nur leider reichen Die Dinger an den Wänden nicht Aus, deswegen überlege ich Ob ich nicht hier nochmal jeweils Einen hin packe Ja, der ist ja doof Ja, der ist ja doof Es steigt nämlich Das ist doof Ja, der ist ja Ja, der ist ja Ich kann mich überhaupt nicht Es ist ja Ich kann mich auch nicht Ich kann mich aufhören hier wiederum steht er wieder voll im weg muss den wohl hier einsetzen ja, das stimmt ja, das stimmt Ich muss mal gucken kurz, ich überlege gerade. So, könnte man es jetzt machen, Viertel gibt es hier halt leider nicht. Wir haben immerhin den Spielraum hier und das ist schon mal die halbe Miete, um dann hier oben so lang zu huschen, mit der Kurve sowieso mit den Gläsern, kann man hier schön kukiluki machen. Hier haben wir mittig einfach noch mal das Ding drunter, ist okay, hier dann die Abfahrt, kann hier nochmal klick klick machen, so nach dem Motto, da kann man einfach rausgeschießen, ein bisschen, das muss ja auch klappen, oder? Ja, muss natürlich nur das Speed da sein. Jawohl, dann bis man hier. Ich denke, das hier tut auch keinen Abbruch. Da ein bisschen, ich wirke das da noch mal ein bisschen schöner. Sehr cool. Jetzt wird nur noch der hier, der Bereich. Und der hier auch gleichzeitig schick ist. Warum soll man hier nicht wachsen will? Genau mal diesen. Hier drüben kommt gar nicht mehr so viel hin, deswegen können wir hier das einfach zu machen. Achso, das ist äh, was ist denn da, was wandert denn da auf Bild so hin und her? Da wird mir hier, Merry Christmas ist jetzt schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich davon alles geholt hatte, letztes Jahr. Da gab es ja diese schöne Spendenaktion. Wish in Texas. Ich muss mal gucken, wo ist denn der Lumpi? Wo soll der denn sein? Höhen technisch ist der weiter oben oder weiter unten? Jute Frage weiß keiner. So eine komische Kiste mit dem Leafy drauf. Kann überall sein. Okay, anderes Thema. Hier so. Wir sind hier jetzt wie gesagt auch noch was schönes draus zu zimmern. Ich wollte hier noch so kleinen Graben ziehen. Hier schon mal den Dreier reigen. Vielleicht noch ein hässliches Feuer stehen hat, kommt weg. So und hier auch. Da wollte ich ausnahmsweise mal wieder mit dem Bad Walk bauen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Wasser da oben hinkriege. Da muss ich jetzt mal wieder hinsehen. Ich habe den Start und die und die. Wasser. Da mal 10 mit, dann gucken wir mal. So, die Folge ist auch schon wieder oben. Auch schon eine ganze Weile, eine Doppelfolge quasi. Dann mache ich die jetzt auch noch weiter. Honig habe ich ohne Ende, sehe ich gerade. Darf ich aber auch wieder diese Zeit nicht verpassen. Wo ist das hier so schwer? Muscheln jetzt hin. Hier noch was. So. So, mein Plan ist es eigentlich. Ich. Steht. Ich habe das mal so mühevoll hier hingekleißt. Jetzt muss ich das alles wieder wegreißen. So. 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 reist gleich hier schon mal den nächsten nächste Reihe raus wundert mich dass hier so ein Stein frei ist also eigentlich bin ich hier sehr sparsam so vielleicht schon eigentlich gebraucht ich hätte mir gerade mal so auf rein theoretisch hätte das ausreichen müssen richtig dicht so Wasser bleibst du Wasser Wasser vielleicht eine ungünstige Position das sieht ganz so noch aus das ist leider auch kein ruhiges Gewässer ich lasse das mal so gucken ob es fliert also gute Strecke da ich das damit es halt da nicht so ans fließen kommt deswegen kriegen die hier so eine zusätzliche Fläche jetzt mal kurz gucken da sind ja und genau hin Den Platz habe ich hier drüben auch, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, sollte aber. Und das scheint zu halten. So. Habe ich keine mehr. Badass Stairs habe ich natürlich keine mehr, weil ich habe keine Slips mehr am Start. Aber so prinzipiell ist es glaube ich. Gehen wir mal den normalen mit rein. Ziehen das jetzt einfach nochmal so ein bisschen durch. Komm schon. Das hat sich nur ein bisschen behindert. Jetzt mache ich die ganze Strecke wieder vor. Ich ziehe das mal durch. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann habe ich auch wieder ein paar Slips am Start. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis dahin und Tschüss. Bis dann. 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 Bis dann.